Bitcoin und Ethereum, was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden, genau hier. Und denkt dran, ich habe euch gestern gesagt, Bitcoin wird weiter nach oben gehen, aber als wir uns die Ethereum-Chart angesehen haben, habe ich das wieder zurückgenommen. Bum, boom. Den ganzen Weg nach unten. Wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Und wenn euch dieser Trade von gestern gefallen hat und ihr darauf profitiert habt, dann lasst mich bitte wissen in den Kommentaren. Dann, ich würde gerne sehen, dass ihr kommentiert, wie viel Profit ihr gemacht habt auf diesem letzten Trade. Und ja, und wenn ihr diesen Trade gemacht habt, geht sicher, dass ihr das gemacht habt bei bit.davincij15.com oder bei femex.davincij15.com Die Links sind in der Beschreibung von dem Video. Und ihr könnt einen Bonus erhalten, wenn ihr euer Geld einzahlt und natürlich auch, wenn ihr den DJ15-Token besitzt, dann könnt ihr, dann könnt ihr profitieren, indem ihr das tut, weil ich diesen Token aufkaufe und der Preis weiter nach oben geht. Also geht sicher, dass ihr DJ15-Token besitzt? Okay. Lasst uns weitermachen mit der technischen Analyse für heute. Und denkt dran, das ist kein finanzieller Rat, das ist Trading-Unterhaltung. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr irgendein Geld in den Markt steckt. Okay. Also, wisst ihr eigentlich was? Ich wollte über ein Ding reden. Die Little Out Lady Strategy. Weil ich rede mit den Leuten und sie fragen mich, was ist die Little Out Lady Strategy? Und die schauen meine Videos. Und ich sage ganz ehrlich, Ich rede jeden Tag darüber. Also, die Little Out Lady Strategy gibt dir die Möglichkeit, Altcoins niedrig zu kaufen und bei einem höheren Preis zu verkaufen. Es zeigt dir genau, wie du das machst. Das war's. Aber der schwerste Teil ist, niedrig zu kaufen. Und ich zeige dir genau. Ich zeige dir alles, wie du das machst, auch wenn du nichts vom Trading weißt. Also ich bringe dir das in diesen Videos bei. Und eigentlich verkaufst du die Hälfte bei einer Verdopplung den ganzen Weg nach oben. Das ist eine sehr einfache Methode, um zu traden. Und das ist überhaupt nicht so kompliziert wie Day Trading, einen Day Trade zu machen. Aber es ist eine einfache Methode und das ist nicht so stressig, weil du einfach nicht so einen hohen Zeitaufwand hast. Und du nicht dabei deinen Verstand verlierst. Also geht sicher, dass ihr euch das anseht. Die sind absolut frei. Okay. Also, wir haben uns gedacht, ja, ja, wenn Bitcoin hier durchbricht, dann werden wir die 50.000 sehen. Aber wir sind nicht da hochgekommen. Aber lass uns sehen. Ich wundere mich, sind wir eigentlich zu dem Ziel gekommen, von diesem Ausbruchsbereich? Also das hängt natürlich davon ab, wo du das genau hinsetzen möchtest. Ich meine, wenn du das größer machst, oder das größere Ziel nimmst, offensichtlich hat es das nicht erreicht. Aber wenn du das kürzere nimmst, von diesen Kerzenkörpern, weil so kann man das einfach manchmal rechtfertigen, mit dem Fakt, dass das ein Kerzenkörper W ist hier. Also nimmst du das bis zu den Kerzenkörpern und lass uns das einfach mal schnell machen. Also Kontroll drücken, dass wir das genau zu dem richtigen Bereich setzen können, über den Kerzenkörper. Von diesem Ausbruch hat es das geschafft? Nein, das hat es nicht. Auch nicht. Also das war kein guter Trade von diesem Breakout und das passiert immer wieder. Das hat sich einfach umgedreht und boom. Einfach nur gefallen. Und ich habe hier diese Trendlinie eingezeichnet, weil ich glaube, dass das wirklich ein Falling Wedge ist. Also, normalerweise Falling Wedge sind bullische Formationen, weil das fast wie eine Bull Flag aussieht. und es stellt den Bären oft eine Falle und wir müssen einfach nur schauen, dass es diesen Bereich hier nicht durchbricht, diesen Boden hier. Weil wenn es da durchbricht, dann wird der Boden einfach durchbrechen. Weil ihr könnt sehen, wenn wir hier niedriger gehen, dass der Preis schon sehr weit unten ist. Also ich mache mir hier etwas Sorgen, weil wir Ems überall jetzt gerade sehen. Das ist ein M, M. Also lasst mich die M's einzeichnen. Für die Leute, die nicht die M's sehen. Also das ist ein M hier. Und wenn wir diesen Bereich hier durchbrechen, diesen hier, dann ist das Licht aus. Dann reden wir darüber, dass es wirklich brutal werden könnte. Ein brutaler Dump. Wenn es den ganzen Weg zu dem Ziel gehen möchte, dann würden wir darüber reden, ja, lasst uns sagen, es hängt natürlich ab, wann wir da durchbrechen. In was für einer Zeitspanne? Oktober? Nein, so lange wird das nicht dauern. 21. Oktober? Wow. Also es hängt natürlich an der Zeitspanne ab. Wenn das hier durchbricht, durch diesen Boden von dieser Trendlinie, also hoffentlich trifft das nicht ein. Und hoffentlich passiert das nur innerhalb von einer Woche mit einer WIC. Und dann können wir hier eine Kauforder reinsetzen und einfach nur hoffen und beten, dass, hör mal zu, glauben wir wirklich, dass Bitcoin weiter nach oben geht? Obwohl, obwohl das nicht sehr gut aussieht, dass wir diesen Bereich durchbrechen sollen. Bitcoin ist in einem Bullenmarkt für eine ganze Zeit schon. Aber vielleicht, vielleicht auch nur vielleicht, haben wir ein kleines Risiko, ein paar Prozent. Und dann sehen wir, ob das weiter nach oben geht. Und sehen, ob wir dann den Jackpot treffen, wenn es hier oben dreht, von dem Boden, das ist wirklich wert, das zu riskieren. Weil dieser Boden auch hier ist bei den 38.000, das ist die 61.8. Also das ist definitiv das Risiko wert. Ok, mit dem gesagt, also bevor ich weitermache mit die Ethereum, ich würde gerne darüber reden, über unsere Telegram-Gruppe. Ihr könnt rüberkommen in unsere Telegram-Gruppe. Macht das doch genau jetzt, weil wisst ihr was, ihr bekommt einen riesigen Rabatt. Nicht nur, weil der Preis von Bitcoin so weit unten ist, nein, ihr bekommt auch 75% Rabatt auf dem Preis von dem Abo. Also ihr bekommt wirklich einen richtig guten Rabatt auf diesem Abo. Und ich werde die Preise erhöhen in der nächsten Zeit, weil das einfach nicht richtig ist. Ihr bezahlt zu wenig, um in die Gruppen zu kommen. Und deswegen werden wir das bisschen erhöhen. Also ich denke darüber nach, ich werde höchstwahrscheinlich den Preis demnächst ändern. Höchstwahrscheinlich morgen. Also geht sicher, dass ihr einsteigt, bevor der Preis wieder hochgeht. Okay, also Ethereum. Oh Mann. Wir haben diesen Trade gemacht. Wenn ihr diesen 2 zu 1 Risiko zu Gewinnverhältnis genommen habt, auf diesem Ausbruch nach unten, da habt ihr es. Es hat wirklich mit deinem Kopf gespielt, weil es hier nochmal richtig heftig umgedreht ist. Und dann ist es runtergegangen. Es war einfach nur brutal. Absolut brutal. Also es ist wirklich schwer, auf dem Day Trade hier den kühlen Kopf zu bewahren, um einfach mit diesem Stress umzugehen. Deswegen sagt die Little Old Lady Nein. Nein, ich mache das nicht. Und sie interessiert sich nicht in diese Day Trades, weil das war einfach nur eine Whig. Und die Little Old Lady hätte dann einen Schlaganfall bekommen, weil die Preisbewegung in die gegenüberliegende Richtung gegangen ist. Aber am Ende, da haben wir es. Ihr habt Profite genommen und ihr könnt sehen, wisst ihr was, wir sind bei der 61.8. Ich glaube, wir sind abgeprallt von der 61.8 mehrere Male. Und wenn wir da jetzt das halten, die 61.8, dann können wir sehen, dass das positiv ist für Ethereum. Aber ich sehe das nicht eintreffen. Ich glaube, dass Ethereum noch etwas weiter hochpumpen wird und dann umdrehen und sterben und verbrennen. Genauso wie Bitcoin. Aber wir müssen abwarten und sehen, ob das wirklich der Fall ist. Es kannst du auch einfach umdrehen und ein W bilden. Genauso schnell, wie sich dieses M gebildet hat hier, genauso schnell kann es sich umdrehen und ein W werden. Ein großes W für den großen Gewinn. Einfach so. Okay, also. Ich halte die Augen auf und warte einfach, bis wir mehr Preisbewegung sehen, bevor wir irgendeinen Trade finden können. Aber höchstwahrscheinlich kann es hier richtig eklig werden, sehr schnell, wenn wir diese Bereiche hier durchbrechen. Die 2.600 und ich möchte einfach nicht da in irgendeinem Trade sein. Wir müssen einfach sehen, oh, wow. Wir müssen höchstwahrscheinlich vielleicht bis zu 88.6, weil es ein Altcoin ist und ich glaube, es wird den ganzen Weg runterkommen, das wäre fast bis zu 2.000 Dollar. Das wäre katastrophisch. Gefahrzone. Danger, Wills Robin, danger. Also lass uns hoffen, dass das nicht diesen Bereich brechen wird. Bei 2.600 Dollar. Bitte, Ethereum, mach das nicht. Okay, mit dem gesagt, lass uns weitermachen mit der Dominanz. Die Dominanz ist sehr interessant. Und ich habe mir das angesehen und schau dir das an. Wir haben jetzt endlich, wenn wir uns das ansehen, sieht es ganz danach aus, als ob wir hier irgendeine Wedge-Formation bilden, aber das kann man noch nicht gut erkennen. Und es weiß nicht, ob es nach oben gehen will, aber es weiß auch nicht, ob es nach unten gehen möchte. Also, ich wunder, gibt es eine Chance hier, dass diese Formation, dass das ein bärisches Signal ist? Ein bärisches Signal, was bedeuten würde, dass die ganzen Altcoins weiter nach oben gehen? Also, die Zeit wird sagen, wir müssen warten, bis es ausbricht, um dann einfach sicher zu gehen. Aber ich glaube, wir haben sehr viel Rabatt bekommen auf sehr vielen Altcoins. und ich hoffe, ihr habt sie genommen, weil ihr möchtet eure Altcoins in Bitcoin wechseln. Das ist, was ihr wollt. Und diesen Ring natürlich auch, der ist sehr schön. Okay, und wenn ihr euch diesen Ring kaufen möchtet, dann erwähnt einfach mal Namen, dann bekommt ihr 5% Rabatt. Wenn euch dieser Ring interessiert und ihr euch den auch kaufen möchtet. Ja, also wir müssen einfach abwarten, was sich hier ergibt mit den Altcoins, weil ich meine, wenn die Dominanz hier runter geht, dann wird es einfach eine tolle Zeit. Aber ich finde es wirklich schwer zu glauben, dass wir den Winter nicht sehen werden und dass wir einen Sommer sehen für die Altcoins. Ich weiß es nicht. Ich finde es wirklich schwer, daran zu glauben. Aber wisst ihr was? Vielleicht werden uns die Märkte überraschen. Lass uns einfach sehen, was passiert. Okay, also, wisst ihr was? Wir sehen uns die Altcoins an, so dass wir unser Reichtum vermehren können in Bitcoin und sie in Bitcoin zu verkaufen, weil Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben und ihr müsst ein Teil davon sein. wir sehen uns verder Puis, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 92 Tschüss. Tаться. Tschüss. bracket. Tschüssi. 鏡. Ö conference. ductvisagn. Bis zum nächsten Mal.